Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Mafia. Wir sind hier. Und jetzt werden wir hier diese Stelle sogar weitermachen. Wir steigen jetzt heimlich ein durchs Fenster. Hoffentlich sieht uns keiner. Okay. Wir sind überall Wachen. Schau mal. Okay, hol dir die Schlüssel aus dem Büro des Direktors. Ah, dummes Gespitz. Ich dreh mal meine Runde. Lass dich nicht aufhören. Hier müsste doch jetzt gleich mal eine Wache vorbeikommen. Los. Naja, gut. Okay. Hoffentlich sieht uns niemand. Sollten wir die Wachen ausschalten? Nein. Der würde jetzt aber wohl nicht kommen, oder? Okay, er ist weg. Hast du am Wochenende was vor? Ja, habe ich. So. Fangen wir uns mal hier kurz um. Du hast dir einen Fernseher gekauft? Bevor der Typ wieder kommt. Mann, die Dinger kosten so viel wie ein ganzes Auto. So, wie kannst du dir das bloß leisten? Wo ist er denn jetzt? Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon einen Fernseher gekauft. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Okay, ja, dann schauen wir uns hier doch mal um. Frauenklo. Direktor. Tür schließen, dass uns keiner hier sieht. Und wo ist jetzt der Schlüssel? Hier ist er doch. So. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Jetzt haben wir den Schlüssel und jetzt gehen wir ab zum Safe. Aber es darf uns natürlich keiner sehen, als wir die Theorie dazu haben. Genau, solltest du das Ding mal sehen. Sieben Zoll schwarz-weiß-Bildschirm kriegt alle drei Kanäle rein. Wow, klingt ja toll. Ist der Tresor eigentlich schon gerade oben? Ich bleibe bei meiner Zeitung und meinem Radio. Dieses Fernsehen ist nur so eine gute Erleitung. Nein, der Tresor wird unten sein, denke ich. Ja, und was meint Mary dazu? Die, ähm... Die hat ihn noch gar nicht gesehen. Okay, also hier sind wir definitiv falsch. Das ist auch immer beim Mafia der Nachteil. Es wird dir nicht angezeigt, wo du hin musst. Wir schauen uns jetzt doch hier unten einfach mal um. Die sind ziemlich dumm, die sehen uns nämlich nicht. Also gut, hier ist es immer. Zu. Türe zu, dass uns keiner sieht. Und ab zum Ressort. Verdammt! Jetzt wachsen wir mal auf. Und zack. So, jetzt sind wir drin. So. Schnell! Los, los! Los, 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 los. Ich hab' dir keinen Stress. Kommst du mit erhobenen Händen her raus. Bin zu. Nein. Wir müssen hier wachsam bleiben. Wir werden gleich um die Ecke kommen. Nein! Das war nichts. Das war total fail. Das probieren wir doch gleich nochmal. Und jetzt schnell zum Safe. Wir müssen uns schauen, wie wir am schnellsten rauskommen. So. Wow, klingt ja toll. Hier ist der Safe. Aber wo ist der Ausgang? So, hier ist jetzt der Ausgang. Hier bin ich reingekommen, durch dieses Fenster. Ich laufe vom Ausgang gerade aus. Dann laufe ich hier rechts rein. Okay. Hier muss ich hoch, dann runter rechts. Okay, jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Alles klar. Dann hat sich das Thema schon mal erledigt. Hier direkt runter. Alles klar. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Alles klar. Knackt was nochmal schnell. So, äh, klacken wir es nochmal. Fail war es gerade, so. Ah, Mann, ey. Vorhin hat es doch viel besser geklappt. Mann, ich drück doch, wenn es grün wird. Und grün. Grün. Und grün. So, jetzt sind wir drin. Aber nichts, wie schnell dort los. Wir müssen so schnell wie möglich raus. Ich hoffe, wir schaffen es. Zeichentrickfilme. Das ganze Geld für Zeichentrickfilme. Wir machen es schon mal bereit. So. Los. Ich kenne den Weg jetzt besser. Das Gebäude ist umstellen. Kommt ihr mit erhobenen Händen herab. Wenn ihr sich nicht sofort ergriffen, eröffnet ihr das Feuer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und jetzt ab. Türe schließen. Brauchen wir nicht raus hier. Wir haben die Karten. Und jetzt hau mal ab. Lauf doch, lauf. Lauf, mein Freund. Los, lauf. Wir sollen da drüber klettern. Los, los, wenn wir jetzt absahnen. Das wäre nicht so gut. Beeil dich doch. Geh zu Freddy's Bar zurück. Also die Bullen sind immer noch hinter uns. Ja, aber wir müssen uns einfach jetzt logisch anstellen. So, rein in die Karre. Und zu Freddy's Bar. Die Bullen sind da drin. Also das kommt nicht auf die Vermutung, dass wir es sind. Hört ich mal. Okay. Ja, also ich denke, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt ist man nur noch Hals in dieser Bar gekommen. Aber ich denke, das wird kein Problem für uns sein. So, jetzt sind wir wieder bei der Bar. Hier, parken wir doch. So. Und da parken wir wieder auf unserem Standardplatz auf dem Pedranten. So. Jawohl. Und dann ab in die Bar zurück. Und wo der Platz ist, wissen wir ja jetzt schon. Oben. Und wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum. Und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab. Bis Schlag zwölf, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na, geh schon. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. Ja, dann mal los zu den Tankstellen. Das ist jetzt nochmal wieder klasse. Tankstellen abklappern. Besser geht's ja nicht. So, hier ist die erste Tankstelle. Aussteigen und ziehen. Äh, hier rein. Was ist los? Bist du pervers oder was? Ja, ähm, ich bin hier und nun... Lassen Sie mich hin für ihn, bitte! Zentrale haben Verfolgung von Verdächtigen aufgenommen. Verstanden. Ah, das ist alles deine Schuld. Hä, ich bin doch jetzt hier. Naja, egal. Die Tankstelle haben wir wohl schon. Also, drum nehmen wir jetzt einfach mal eiskalt die nächste. Jetzt lass mich doch in Ruhe, verdammte Scheiße. Ja, schieße! Ja, schieße kasseite. Ich hau hier jetzt schön mal ab. Die Spaß beim Weiterschieße ist nicht schön. So. Alles klar. Also, die nächste Tankstelle ist ja noch hier irgendwo, oder nicht? Weil ich jetzt hier gerade im Greisen, ey, oder? Ja, wie soll ich das das Gute noch schaffen? Wir sind ja tausende von Tankstelle. So. Hier war mir vorhin schon. Dann nehmen wir eine andere. Nehmen wir einfach mal die, die am weitesten weg ist, weil da muss man so oder so hin. Die mehr auf dem Weg. Ich habe, ich habe es eilig, Mann. Ich muss hier die ganzen Tankstellen abklappern, die so Opfer. Dang.